In diesem Video geht es um die besten drei Bügeleisen. Der erste Platz das High-End-Produkt. Dampfbügeleisen mit unbegrenzter Autonomie bis zu 7 Bar, schnelles Aufheizen in 2 Minuten, 1, 4 Liter, Tank und automatische Abschaltung nach 10 Minuten, Made in Italy. Das ICO-Programm garantiert hervorragende Ergebnisse in Verbindung mit einer wertvollen Reduzierung des Verbrauchs, spart 45% Strom und 36% Wasser. Kessel mit No-Kalk Long Life Boiler Technology, verhindert die negativen Auswirkungen von Kalk für eine lange Lebensdauer ohne Wartung. 360 Grad Fluid Kurve Technology Bügelplatte, hervorragende Ergebnisse, Gleitfähigkeit, gleichmäßige Dampfverteilung, abgerundete Form für ein multidirektionales Bügeln, das Hindernisse überwindet. Das Universal-Programm eignet sich ideal zum Bügeln aller Stoffe, Turbo glättet hartnäckige Falten, während die Steam-Pulse-Funktion mit 450 G intermittierend Dampf abgibt, für schnelles Bügeln. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Das Dampfbügeleisen verfügt über einen leisen Hochdruckkessel, dank kontinuierlicher Dampfabgabe von 100 G, Min entfernt es jede Falte und eliminiert bis zu 99,99% der Bakterien. Die Rowenta Bügeltechnologie mit Hochdruckkessel und unbegrenzter Autonomie garantiert professionelle Ergebnisse. Ein eingebautes System sorgt für einen kraftvollen Dampfstoß von 310 G, Min, der sich an der Spitze des Bügeleisens konzentriert und sich ideal für dicke Stoffe und selbst hartnäckige Falten eignet. Die MicroSteam 400 HD Bügelsohle mit kratzfester Laserfinish und 400 Mikrolüchern nicht nur an den Seiten, sondern auch in der Mitte sorgt für eine ausgezeichnete Dampfverteilung für schnelle und professionelle Ergebnisse. Es ermöglicht das einfache Erreichen enger und schwieriger Stellen wie Kanten, Nähte und Kragen. Der dritte Platz das Sparprodukt. Es hat eine maximale Leistung von 3000 W, um effektive Ergebnisse auf allen Arten von Stoffen und Kleidungsstücken in wenigen Sekunden zu gewährleisten. Bügelt alle Arten von Kleidungsstücken einfach mit einem Dampfstoß von bis zu 200 G, Min und kontinuierlichem Dampf von 45 G, Minuten beseitigt Falten in einem Durchgang. Das B&D Dampfbügeleisen hat eine Keramiksohle für mehr Gleitfähigkeit und Wendigkeit. Es verfügt über eine Präzisionsspitze und ein Antitrop-System auf der Sohle. Der leistungsstarke Dampf des Bügeleisens kann 99,9999% der Bakterien effizient und zuverlässig mit nur einem Durchgang zerstören. Erhalten Sie eine perfekte Wartung des Bügeleisens dank seines doppelten Kalkschutzsystems Savile Clean und seiner Selbstreinigungsfunktion. 2 Meter Kabelaufwicklung